so wir haben hier minecraft escalator in folge 31 mit mir und just dragonstorm und mac abers sagt mal hallo der server ist auf 164 abgedatet worden ich komme nicht aus meiner tür raus es kam ich auch nicht ich muss direkt sehen dass die kleinen spieler alle meine vier reingelassen hat wie deine viecher freigelassen habe mich gerade selber gewundert wo die sind und meint ich komme da mal hin ich fliege nicht einfach so weg ich lass dich schon wieder ficken aber das ist echt unschön leute hatte meine komplette farm wieder voll und ihr spacken macht sie alle kalt wir haben gar nichts kalt gemacht überhaupt nicht diese farm ist auch ganz zufällig leer geworden und die sind ja auch nicht ganz zufällig alle bei mir drin und ich versuche mir gerade hier ich bin zu faul die die ich ja auch mitgemacht wieso hast du fenster die von erde bedeckt sind das frage ich mich auch gerade mit der helfen sie kaputt zu machen nein das meine hüner okay das meine hüner die habe ich qualvoll zum ficken gebracht das heißt das sind auch meine sachen und lasst meine sache in ruhe ich will pvp anhaben das ist nicht der eine obwohl das würde wahrscheinlich schlecht alles unseres alles unseres das heißt die superior gear das ist alles verzaubert stimmt gar nicht noch nicht mal ein buch ich habe nur ein verzaubertes schwert und einen bogen und eine spitzsacke also und ein helm nein der helm ist gerade nicht mehr zaubert nicht mehr der ist kaputt gegangen im kampf gegen die lohnen wir auch noch welche wolf hier draußen sind noch mehr hühner nein da ist nein nein ich habe jetzt noch zwei die ich hier kaputt haue do not enter da steht do not enter und wo kommt das her weiß ich nicht warum darf man in den anbau nicht rein doch kein anbau doch und da steht do not enter dran da werde ich da gleich schön drunter her graben und mal gucken was ich da finde dahin 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 wieso zur hölle habe ich hier eine tür drin wo in meinem inventar abgebaut habt ihr noch vielleicht gehört ihr dahin wo sie fehlt habt ihr noch ein paar sechs eier ich habe gerade irgendwie so ich habe noch sechs aber nein du hast jetzt 20 eier weil du mich gerade die eier aufgehoben hast du mal ich habe dir noch ein paar dinge da wieder hingeworfen habe ich habe keine eier aufgehoben nein ich habe sie dir hingeworfen und hier kai hat er aufgehoben ja ich habe sie aber auf die farm und ach da hier ich werfe sie auch noch auf die farm ach so ja das ist gut nein ich habe vielleicht solltest du die tür dort einbauen wo sie wo sie fehlt die tür habe ich jetzt gerade aufgehoben moment zack und wie ist es halt dass meine wurden plättern hier weg das ist total bescheuert klaut ihr mir einfach mal eine druckplatte niemand hat dir eine druckplatte geklaut hier draußen ist auch noch ein huhn und das huhn wurde gerade von einer fackel geröstet glaube ich nicht ähm so das ist das ist das warum ist wasser bei mir nicht mehr blau weiß ich nicht alter wie viele steinspitzhacken hast du hier drin ich habe nie bock die immer nachzumachen also ich weiß nicht wenn ich wenn ich eine schlechte spitzhacke braucht dann benutze ich eine aus eisen ja weil ich meinen gehe wie viel bringt noch ein steinschwert attacke plus fünf so sieben eine axt bringen das finde ich ja ganz lustig was ist eigentlich hatte ich hier auch mal ordentlich feld und bummen drin er hat irgendwie in der luft gesprint hat sich zumindest so angefühlt aufgehört zu rechnen ja ich habe schon lange wieder weg genommen ich glaube ich habe gerade einen fackel aufgehoben ja hier unten ist gerade hier unten ist ein huhn das ist meine melonenfarm in ruhe sieht nicht aus als ob da was wäre von krampi oder sowas das ist auf jeden fall redstone aus und deshalb lass ich es lieber und baust einfach mal so außerhalb das problem ist der pisse hat glaub ich sogar außerhalb meiner base gebaut und das mag ich gar nicht der hat dann nämlich mein feld zusammen auseinander gebaut was man braucht meine treppe ich will mal hoch gehen wieso machst du das mit fuhrt wieso nicht ah der pisse hat meine farm geschrottet und das beste ist ich habe schon irgendwie glaube ich irgendwas unterbrochen an der redstone schaltung weil ich irgendeinen redstone beim mit rumfliegen hab da drin ist auf jeden fall eine pressure plate und die ist gedrückt also der hat ein gehirn und schattenkopf so oh redstone for free cool halt auf wenn wir zu bunkermat ist bei mir gepackt platziert also baue ich das auch ganz alleine ab wie ein großer junge wir hätten es eigentlich mal ausprobieren können schien ungefährlich zu sein ich habe es mal so ein bisschen überprüft was das macht ja ich kann auch sagen warum es ungefährlich war soll ich dir zeigen weil du schon ein TLC rausgeholt hast da war gar kein TLC ich habe gerade geguckt ne wolf hat den mechanismus schon unterbrochen nein nein darum geht es nicht ich kann dir zeigen warum es ungefährlich ist ich zeige dir das hier mal äh moment dafür brauche ich das hier und ein Dispenser oder was das da er ist nicht einfach so äh schwarz kann man ja nein definitiv so wenn man hier eine pressure plate hinsetzt ja geh mal runter davon verstehst du es ach so dass er dann dass mich dann so alles bisschen sand kaputt gemacht hätte oder was was entscheidend wäre glaube ich doch eine bessere idee gewesen und total unnötig irgendwie aber dafür kriege ich irgendwelche platten nicht wirklich da war eine und die habe ich abgebaut aber noch eine und noch eine also meine ich jetzt nur so da waren noch zwei andere platten aber diese pisse haben mein clean stone abgebaut die sollen wir wissen mein künstler wieder geben mein künstler ich glaube immer eine von deinen schaufeln ja dass das menschen habe ich mir mühsam zusammen gebastelt ok ich habe keine genommen juhu juhu kannst du Ende nehmen hab ich schon ach klar hast du zu essen? ich hab hunger hast du noch nichts gegessen? redet davon in minecraft ich weiß, hast du noch nichts gegessen? noch nicht, aber ich suche was wenn du nicht bei mir guckst ist alles gut nee, nee, würde ich nie tun wo hast du viel Eisen? du einfach nur meinst du ganz kackendreiz reinguckst, ne? jemals sehe ich so aus, dass würde ich sowas tun? das müssen wir machen, mein ganzes Essen geklaut nein doch das ist ein bastard was packt ihr sich da was haben die hier gemacht und du soll auf hör auf mein künstler basteln mit in welche Richtung liegt denn unser Schneegebiet? da du wirst ganz viel spaß also lass ich dich da jetzt erstmal anmachen ich bin weg, geh ich baue mir was anderes wo bist du denn hin? in welche Richtung liegt unser Schneegebiet? kann ich deine Melonen abfarmen? nein, tust du nicht in welche Richtung liegt unser Schneegebiet? warum ist mein Wasser nicht mehr blau? ich glaube das Texture Pack ist nicht angepasst an das Update sieht voll dreckig aus das Wasser sieht aus wie mit Kalk durchsetzt oder wie Milch auf jeden Fall komisch so farmt man richtig ich behalte es mit einer für Melonen ab das Wasser sieht voll widerlich aus was hast du für einen Texture Pack? habe ich denn Keks zu werfen? hey, der Zombie trägt ne Rüstung in den Leben tagsüber ich mag keine Kekse wie du magst keine Kekse doch klar mag ich Kekse Huhn da höre ich das uh, lecker Huhnfleisch wo ist unser Schneegebiet? wir haben Schneegebiet ja das frage ich ja gerade ähm wenn dann in meinem Haus müsste eine Karte sein die kannst du dir ausleihen ok verdammt ich brauche ne ich brauche ne was zur ich mag nicht wenn Drückplatten auf dem Bullen rumliegen ich weiß nicht ob das ein ich brauche ne Schlampe ich brauche ne Hoe gib mir meine Hoe ich brauche meine Hoe wofür brauchst du ne Hoe? um rumzuhauen wieso braucht man keine Hoe? natürlich um rumzuhauen ich hab ne Axt aber keine Hoe verdammt ich brauche meine Hoe hast du mal ne Hoe für mich? ich hab keine Hoe für dich hier auf der Karte aber keine das müsste aber drauf sein da seh ich Sand ganz viel normal müsste das mit drauf sein außerdem bist du doch derjenige der ne Map hat oder? nein nicht mehr hm nicht mehr naja so ist das also definitiv nicht geklappt und ich finde hier ist eindeutig zu dunkel ja ich hab das ganz lustig sah die schon immer so aus ich hab die früher noch nie gebaut ja die saß dann immer so aus ich brauch Samen ich muss immer wieder zwischendurch meine Viecher ficken lassen Samen 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 ganz viel Samen Samen Kürbisse Lauf einfach mal in eine Richtung und schau was passiert jetzt hab ich Wüste gefunden wieso sind eigentlich meine ganzen Pflanzen abgebaut oder teilweise verschwinden die nach der Zeit? ne ich glaub das wird zack aus vielleicht werden sie schlecht normalerweise verschwinden die nicht ne die Pflanzen hab ich nicht abgebaut ne die Pflanzen hab ich nicht abgebaut meine Schaufel hier ich hab nur äh ihr Dings abgebaut erst Licht Kürbisse ah fick dich fick dich der epische Kampf pick dich ich kill das Viech mit Dirt so wie ein richtiger Pro das macht und Epi bestimmt meine Epi haben wir nicht meine Epi? ich bin Level 3 das ist nicht schlecht Level 11 im Moment und wieso klaut sich hier einer Dirt raus? einfach aus dem Nichts ist das Dirt weg wo? da hinten war er erst weg und da ey jetzt mal ernsthaft Leute macht keine Löcher in meine Mauer und pack die wieder mit Cobblestone voll das war ich auch nicht ich kann es zwar nicht beweisen aber ich war es nicht war es auch nicht da hinten liegt noch Epi rum die wir euch haben Epi Geier ja ja so das sind das sind ganz kleine Sätzlinge lasst sie in Ruhe sie müssen wachsen so auf 3 zünden wir sie an 3 nein nein jetzt bräuch ich Steinmehl jetzt bräuch ich Steinmehl dieser Urwald geht mir auf den Piss ich will ihn anzünden natürlich nur in einem Spiel nicht dass Leute jetzt falsch von mir denken ey jetzt mal ernsthaft farmst du auch noch meine Sachen ab? wer? ich baue sie aber auch wieder an ja toll glaubst du ich brauche die nicht gerade? für Samen nö und zu backen ja Samen kannst du haben die Samen da wieder hin tut die brauche ich nicht ich habe jetzt die Karte gleich verlassen ich muss Kekse backen wo kriegst du auch die ganzen Kakaoboden her tja dieser Urwald ist ja mal riesig aber ich habe keine Samen mehr alter wie groß ist der? das hast du fress und fress und fress ach Flint kriege ich voll Ärger von Krami wenn ich den Urwald abfacke? hab ich gerade schon gemacht von Weidrück kriegst du wahrscheinlich Ärger wenn du den Urwald abfackelst noll damit kann ich leben dahinten braucht man noch Samen du hast keine Samen mehr? ne die haben nicht gereicht du hast zu viele aufgesammelt ja ne ist klar es waren noch nur 64 oder so ja siehst du ich hatte nur 44 ich bin so hungrig ich muss das mal fördern ich geh nochmal zu deinen Melonen ja deshalb du gehst zu einem gladụier schlechter Witz wieso hast du jetzt einen Stellenplein hingepackt keine Ahnung und noch mehr Wüste daß doch ein Witz ich will doch gar keine Wüste ich will Schnee tick dich кolleger na dann wisst, du trittst doch auf das Ding drauf was ist passiert? Giety warst du ein bisschen Wasser in die Luft geflogen? Was war da drunter? TNT, der Unterschied ist nur TNT geht im Wasser nicht richtig hoch. Ich hab kaum Scham gekriegt. Darum geht's ja. Ja, ich ertricke. Trotzdem ist das Bitchy McBitch Bitch. Aktualisiert sich die Karte eigentlich auch mal, wenn man sie verlassen hat? Oder braucht man dann ne neue? Dann braucht man ne neue, die aktualisiert sich nur in dem Bereich. Die neue darfst du dann halt das erste Mal nur dann in die Hand nehmen, wenn du sie benutzen willst. Ah, ich hab Schnee gefunden. Hast du gar nicht? Und Kürbisse. Wann bist du nicht allzu langweilig? Vielleicht geh ich jetzt mal woanders hin. Weiß schon gar nicht mehr, was ich bauen wollte. Ich wollte irgendwas machen. Tschüss. Der ist ja niedlich. Aus reinem Interesse. Wie viel Schnee brauche ich... Was geht denn hier mit den Viechern ab? Wie viele sind denn das? Alter! Wie viel Schnee brauche ich für einen Schneeblock? Genau. Aus welchen Viechern? Sind die bei mir? Wo sind meine Viecher? Nein, bei mir! Deine Hühner? Nein, die Monster hier draußen. Ich hatte auch mal so eine Slenderman-Farm von mir aus hier. Das waren gerade arg viele. Das war auch gruselig. Na toll. Was darf man tun, wenn einem langweilig ist? Scheiße, vom anderen wegmachen. Yay! Ja. Ja. Ja, das könnte man so sagen. Achso. Ich wollte eigentlich Kakaobohnen... Ich warte bis es Tag ist. Kannst du bei dir eigentlich... Kann man sich bei sich selbst auch eigentlich so eine Kakaobohnen-Farm packen? Mit Pflanzen und so? Weil das sind ja diese... Oder geht das nur um Rohrwold? Ja. Na, das geht auch hier. Du machst komische Geräusche, weißt du das? Ich? Ja. Das ist mein Headset. Keine Ahnung. Ja, dein Headset pfeift. Ich tue es immer. Bleib fort! Denk ich mir auch gerade. Das käme ich gar nicht mehr aus, wo ich eigentlich was habe. Ah, da sind noch Kekse. Gut. Noch Kakaobohnen. So besser. Ich hasse die kleinen Bitches. Ich hasse sie immer ganz hart. Ja, wir wissen's. Ja, und ich hasse sie immer noch. Ich habe ganz viele Kekse gemacht. Immer mehr böse Zombies. Töte den. Wie viele Schlagen kriegen die durch Schneewelle? Gar nichts. Kann das? Die werden rot. Ja, aber. Hühner werden auch rot. Okay, wenn du Hühner 50 mal abwirfst mit den Teilen, sterben die auch. Also, ich glaube nicht viel. Ich muss mal die ganze Schmatte hier loswerden. Ich muss mal die ganze Schmatte hier loswerden. Na, nach. Dann. Naja. Na. La. Da. In. In. Was tue ich denn nur wohin? Keine Ahnung Ja ich bin hier gerade wirklich am Geh direkt neben Wüste, faszinierend Ich hab jetzt einfach alle Mist raus, alles was ich nicht brauch Acht ich mir auch gerade Ah was machst denn du hier? Ah was zum Geier ist das? Okay Ein Faden, interessant Nicht Sagen wir, fast interessant Wir haben mit Faden zu tun Ja keine Ahnung, hier hing einfach ein Faden in der Luft Ah, so fadenmäßig weißt du? Naja, so, so, ist halt so zart gewesen War ja mal fast lustig Aber nur ganz fast Können wir nicht mit der ersten Folge durch sein? Nö Noch nicht Okay Weil ich gerade nur so einen Blick auf die Uhr warf Ja, meinen Blick auf mein Audacity sagt mir, dass wir ungefähr 25 Minuten sind Okay Wieso hab ich jetzt zwei Türen bei mir dran? Egal Ja, als hab ich zwei Türen Ha! Ihr nicht! Oh nein, wir haben nicht zwei Türen Scheiße Ja, rennt, rennt ihr unwürdigen Wir werden es nicht überstehen ohne zwei Türen Ah, der große Meister Wolf hat uns mal wieder geschlagen Uh, ha, 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 ha Wo hab ich keinen Helm? Für dich Ah, ha Kotzt mich gerade an Ich hab einen Hu-haha Ich hoffe, ich hab keinen Trademark verletzt Äh, doch Äh, doch Fick da Scheiße, jetzt darf ich dir erstmal die Scheiße fassen Natürlich hast du das Ich hab dir erstmal verkackt Lauf gelaufen Ich hab bis zum Scheiße wieder ausbügeln, die die Pisser da gemacht haben Und ich hab ne Druckplatte Warte, ich brauche ne Druckplatte, damit ich hier durch kann Äh, nein, das tu ich jetzt nicht Da kommt man drückt Äh, ich hasse euch alle Äh, ich hasse euch alle Äh, ihr glaubt mal ja meine Viecher Ja? Und? Die Farm ist direkt neben deiner Bude Du kannst dir alles mögliche holen Farm? Welche Farm? Das hab ich gesagt Meinst du die, diese Olle, die wir selbst gebastelt haben, ne? Hier ist so ne olle Katze, so ein Ocelot Was? Ocelot, wie krieg ich den? Womit kann ich den locken? Der rennt von mir weg Ja, ich hab'n gebratenen Fisch Ich hab'n gebratenen Fisch Haha Ich hab'n gebratenen Fisch Ich hab'n gebratenen Fisch Schade. Bin ich ganz stark für. Los, lass mal machen. Ja, ich hab grad keinen Flint. Gib mir Flint, dann... Ich hab irgendwo noch Flint rumliegen. Nee, gar nicht. Scheiße. Hab ich alles verpulvert für Bogen. Weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee wäre, sonst würden wir vielleicht nie wieder hier mitmachen dürfen. Für Bogen hast du Flint gebraucht? Ja. Für die Pfeilspitze? Ich weiß nicht, aber die Pfeilspitzen haben sie mal. Du hast Pfeile selber gebaut? Ja, hab ich auch schon. Was sollst du sonst mit Flint machen? Feuerzeuge. Achso. Gut dann. Ach, Grundbestandteil. Ich hab Waldrous Budi hier immer noch nicht gesehen. Allerdings hab ich mich noch nicht viel umgeschaut. Witzig, hab die Reitgeschneidung raus. Wenn du sie mal gesehen hast, dann, äh, findest du sie auch immer wieder. Achso, ich dachte, ich zünde sie an. Du musst einfach ganz, ganz hochsteigen. Wer zur Hölle hat eigentlich diesen komischen, verfickten Turm eingebaut? Den was? Das war... der Anderstraße. Was eingebaut? Komischen, verfickten Turm. Du meinst den Briefkasten? Oder den Turm? Den Turm. Nicht den Briefkasten. Der Briefkasten ist doch langweilig. Der Briefkasten ist cool, ja. Nichts geht in den Briefkasten. Das war so klasse, so reagiert wie es ist. Am, 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 am. Kürbischgerung. Ah, mein Leben so klein. Oh Gott, jetzt darf ich wieder da hinten alles verdienen. Ohne Witz. Ich glaub, ich hab noch gar kein Bett. So, mach. Jetzt hinten sammeln. Mach nie wieder was bei mir, ey. Ganz ehrlich. Das geht mir auf den Sack. Ich muss die ganze Scheiße nicht ausbessern, dafür brauche ich eine Stunde. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, du vielleicht nicht. Oder keine Ahnung, was ich habe. Ich habe auch nichts gemacht. Ja, natürlich. Ich glaube, ich halte nicht. Wir sind alle Lügner. Wieso sollten wir dich anlügen? Welchen Grund hätten wir dazu? Dass ich nicht blutige Rache übe. Achso. Ja, da haben wir natürlich Angst vor, das stimmt. Ich, äh, sag dich doch. Wollen wir schon mal ankündigen, dass wir, wenn es da keine Probleme gibt, die Battlefield 4 Beta spielen werden? Oh, ich habe es angekündigt. Ich denke mal, wird es keine Probleme geben. Bößen sie auch. Bößen sie erst ein paar Tage, weil da ist es halt noch nicht für alle Zugriff. Die ersten neun, glaube ich, sind das. Berechtliche Probleme, aber egal. Ja, wir werden es schon sehen. Ja. Wisst ihr, was wir außerdem noch sehen? Deadpool? Deadpool! Ja, das auch. Das sieht man ja schon. Das läuft ja schon. Nee, bis folgende Ende. Oh. Bis Ende der Ängste. Genau. Ende, Ende. Bis zum nächsten Mal. Ende, 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 Ende. Tschö. Tschö.